Jid nicht dabei ist, die wäre gerne hier mit dabei, könnte ich mir vorstellen. Safe call. Seid ich euch ehrlich? Jetzt zocke ich einfach schon Genshin und keiner ist einfach mit dabei, Digga. Natürlich. Ey, Digga, die Mission, die muss doch irgendwo woanders sein, Digga. Wo ich nicht bin, das kann ja nicht sein, dass die hier irgendwo sein soll. Kann schon gut sein, dass ich dann eine Quest nicht angenommen habe. Wahrscheinlich habe ich keinen Bock drauf. Willkommen in der Welt! Besser als nix. Nehme ich mit. Auf Keqing können wir gar nicht gehen. Ah, wäre nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Ah, da hätten wir bessere Chancen. Schmutz. Leider. Gönn mal. Ja. Oh, was ist es? Das fickt mich gerade. Das fickt mich gerade. Ich sag's euch ehrlich. Ich krieg nicht das, was ich haben will. Und das nervt mich. Warum eigentlich? Warum bin ich eigentlich immer der doofe, Alter? Ja, kann ich vergessen. Ne, mehr gibt's nicht. Schade. Digga, warum werde ich so getreten, Digga? Was soll denn das? Jedes Mal derselbe Mist, Alter. Das kann doch nicht sein. als ob ich jedes Sternenbild hier, als ob ich von jedem momentan ein Sternfragment kriege. Das kann doch nicht sein, Digga. Ich geh gleich echt, ich geh gleich echt, ich geh gleich echt, ne. Ich geh gleich echt nur noch. Ich geh glaube ich echt gleich FN zocken, Digga. Ich bin so unmotiviert. Das gibt's gar nicht. Alter, das kannst du dir nicht geben. Wo soll das sein? Schade. Ja, ich möchte wissen, wo das ist. Hört mir das dir. Ich schaue jetzt. Ich schaue jetzt einfach, wo das sein soll. Komm, beschwöre uns. Okay, hier dann. Moin, Kätzchen, was geht? Wie unangenehm. Was? Äh, 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 don't worry Margaret, we're not here for that research project I told you about last time. Ah, too gross. What kind of experiment were you trying to do with the cat's tail? Uh, oh, I just wanted to test out some hypotheses and I needed some materials. But, uh, we can talk about that later. Actually Margaret, we're here to learn more about genius invocation TCG. Ah, genius invocation TCG. We were just talking about that game. You see, more and more people have been gathering at the cat's tail to play. So I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Ah, allow me to interpret. Ahem, Prince says that the word customer is much too loose of a term and we should instead refer to anyone who loves dueling with cards as TCG players. Ähm, lasst mich kurz übersetzen. Prince meint, dass Spieler eine zu bereit gefasste Bezeichnung seien und jenigen, die für diesen Wettkampf fremden Kartenbeschwörer genannt werden sollten. Als ob der mit der Katze kommunizieren kann. Wie ist denn das möglich? Hm, haha, mein Fehler. Also, es scheint, dass ich dich noch nicht introduce. Das sind Prinz und Shuyin. Sie werden in charge of taking care of our TCG-Players. oder 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 ich sie anscheinend bisher nicht vorgestellt habe. Das hier sind Prinz Junge, was will denn der wieder in meinem Chat, Digga? Fühl dich überhaupt nicht. Das hier sind Prinz und Shuyin, die Anleitung für Katzen Kartenbeschwörer gegeben. Junge, was geht bei euch, Schäfe? Jetzt rücken wir da schon mal direkt einen Time-Out rein. Und Time-Out. Ah, Fräulein Margaret, wie kannst du das so sagen? Der einzige, der unseren Gästen anleiten kann, ist natürlich der stärkste aller Kartenbeschwörer Prinz. Wahrscheinlich. So, Prinz, für dich gibt's alles mein Time-Out. Fertig. So, Prinz, für dich gibt's alles mein Time-Out. Fertig. Warum wurde dem seine Nachrichten nicht gelöscht? Achso, die sehen nur noch ich. Selber schuld. Aber einfache Kartenbeschwörer können niemals die tiefe Bedeutung hinter jeden Spielzeug von Prinz verstehen und müssen so durch mich mit inkommunizieren. Ich bin nichts als ein williger Helfer von Prinz. Ah, ja. Gut zu wissen. Und Prinz, wenn du das nochmal machst, genauso wie Henry, ganz ehrlich, dann banne ich euch beide weg. Ist mir egal, ich hab da überhaupt gar keinen Respekt vor dir. Prinz, du bist sowieso... Digga, ich schwör dir. Hauptsache von YouTube weggehen, Digga. Nicht mal mehr mit deinem YouTube-Kanal wirklich durchziehen, Alter. Und dann jetzt hier ankommen und wieder so eine Scheiße bauen, ganz ehrlich. Also, meiner Meinung nach hast du's auch nicht anders verdient. Aber ich äußere mich da jetzt auch nicht mehr länger dazu, weil ich keinen Bock mehr hab, mich die ganze Zeit von dir und deinen Freunden theorisieren zu lassen. Nur weil ihr meint, hier auf heile Welt zu machen. Nur weil ihr meint, ihr hättet nichts besseres in eurer Freizeit zu tun, als mir auf den Sack zu gehen. Ganz ehrlich. Dann kannst du ja auch ein besseres Hobby suchen, Alter. Dann geh, keine Ahnung, geh Vögel beobachten oder so'n Scheiß. Aber lass mich hier in Ruhe, Alter, meinen Stream machen. Wie schon gesagt, noch einmal, sowas, genauso wie von Henry, Digga, gibt direkt Bann. Ist mir egal. Und noch jemand, der Tiere verstehen kann. Wie kannst du so ein krudiges Wort als Animal benutzen, um den nur und nur Prinz zu beschreiben? Er ist speziell und der nur von seinem Kind. So eine Bemerkung ist ein Insult für Prinz. Wie kannst du Prinz bloß als ein einfaches Tier bezeichnen? Prinz ist ganz besonders und einzigartig. Wenn ihr so von Prinz sprecht, beleidigt ihr ihn damit. Bruh. Miau. Oh? Was ist das? Shuyen. In den Augen der kommunalen Leute, sehe ich nicht anders als irgendeinem normaler Kumpel. Es ist ein natürlicher Fehler zu machen und du musst nicht überreaktieren. Ah, entstanden. Ich entschuldige. Oh, was Shuyen. In den Augen gewöhnlicher Menschen sehe ich aus wie eine gewöhnliche Katze. Da sind Missverständnisse ganz normal. Da hast du völlig übertrieben. Äh, da habe ich mir wohl etwas zu viel herausgenommen. Hm. Es scheint, dass er wirklich mit dem Katzen kommunikiert ist. Könnte das das Ergebnis eines Modifikations für das Sprachzentrum sein? Kannst du etwa... Kannst du etwa mit Katzen sprechen, weil dein Sprachzentrum verändert wurde? Serious? Wie kann er alles von einem einfachen Miau bekommen? Ich würde sagen beeindruckend. Stecken in einem Miau wirklich so viele Dinge. Ja. Es waren die sacreden Duellen der Genieus-Invocation, TCG, die unsere Verbindungen mit mutuellem Verständnis formierten. Es ist meine feste Meinung, dass durch einfach das Spiel spielen können, Spieler können ein tiefes Level von Verständnis zwischen einem anderen. Immerhin bin ich mit Prinz durch das heilige Duell von genialen Beschwörungen im Geist vereint. Ich bin mir auch sicher, dass Kartenbeschwörer sich gegenseitig durchs Kartenspiel verstehen können. Krass. Das wusste ich nicht. So... Playing Genius Invocation TCG fosters some sort of a telepathic link between players? Durch Duelle von genialen Beschwörungen kann man seinen Geist vereinigen. Cool. Hm... Somehow Palmon sich nicht vorstellt. War ja klar. Anyway... If you'd like to know anything about Genius Invocation TCG, then please ask Shuyen. Äh... Who will ask Prince? Also immer wenn es um eine geniale Beschwörung geht, kannst du Shai-Yung, kannst du Prince um Hilfe bitten. Though I'd love to explain more myself. It's time for my daily walk. I'll let Prince play a game with you and walk you through all the rules. Ich würde euch selbst auch gerne erzählen, aber jetzt ist es Zeit für meinen täglichen Spaziergang. Ich werde Prince eine Partie mit euch spielen lassen, um euch alle Regeln zu erklären. Krass. Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a TCG Master predict my opponent's every play. It would be improper to pay to a newcomer to the art of the card against one such as myself. And I must therefore politely decline. Miao, so wie ein überragender Kämpfer die Absichten seiner Gegner durchschauen kann, so ist eine solche Partie mit als Ass unter allen Kartenbeschwörern nicht angemessen. Ich lehne dieses Duell ab. Ahem. Das ist was Prinz gesagt. Nun so hat Prinz es gesagt. Oh, Prinz will nicht mit uns spielen, hm? Okay, dann muss Prinz nicht mehr spielen. Wir spielen mit dir statt. Es ist ganz klar, du willst also nicht spielen, dann spielen wir eben nicht mit Prinz, sondern mit dir. Entschuldigung. Ich bin entschuldigung, aber von dem Tag, wo ich den mightigen Kartenbeschwerter Prinz meetete, habe ich eine Ehre geworfen, dass meine Hände nur um die Karten zu halten und nicht um sie zu spielen. Ich werde nie wieder ein anderes Spiel spielen. Der Typ hört auch immer mehr raus. Es tut mir sehr, es tut mir leid. Seit ich Prinz diesen herausragenden Kartenbeschwörer begegnet bin, habe ich geschworen, seit jedem Tag meine Hände nur noch zum Halten der Karten zu nutzen und nicht wieder selbst zu spielen. Katzenkrallen sind wirklich ungeeignet und um sich Karten zu krallen, was für eine komplexe Hintergrundgeschichte hätte ich eher gesagt. Wenn Prinz nicht zu spielen ist, dann sollten wir eine Alternative suchen. Hm, was ist denn das? DIONA! Ja, blablabla, was ist denn das? Ich bin ziemlich beschäftigt hier, weißt du? Was ist denn wieder los? Ich habe doch gesagt, dass ich keine Zeit habe. Ist ruhig angepisst. DIONA, putzige Mischung. DIONA, die Wirtin von zum Katzen-Schwanzhast. Jäglichen Alkohol aber ein seltenes Talent beim Mischen von Getränken. Egal um welche Art von Wein es sich handelt, es wird unvorstellbar köstig, nach er von ihr gemischt wurde. Ihre hervorragendes Talent zum Mischen und ihr niedliches Aussehen mit Katzen-Ohren und Katzen-Schwanz machen zum Katzen-Schwanz besonders beliebt. Denk... denk... äh, denk aber dran, DIONAS Ohren und Schwanz nicht zu berühren, sonst bekommst du Ärger, wenn sie wütend wird. TRUE STORY, BRO? HUH! Warum trinkt in letzter Zeit bloß jeder, der hier reinkommt, um geniale Beschwörungen zu spielen nebenbei Alkohol? Sie sollten doch wissen, dass das Wichtigste beim Spielen ist, einen klaren Verstand zu behalten. Na gut, wenn die das nicht juckt, was kann... was kann man dafür, ne? Was soll man da denn machen? Wenn die keinen Bock darauf haben oder sich nicht darauf einlassen wollen, dann weiß ich auch nicht. Geräuslich, Spiele und Trinken sind nicht mixen. Sie verstehen das nicht? Gah! Was kann ich sagen? Wie du das sagst, freut mich das als Inhaberin doch sehr. Ich sehe, dass du hart gearbeitet hast und dachte, du könntest eine Pause gebrauchen. Und vielleicht würdest du diesen Kunden gerne die Regeln von geniale Beschwörungen beibringen. Ha! Haha! Ja! Welche Art von Brink ist das? Ich würde lieber nicht. Hm. Junge, Digga, wer ist denn das jetzt schon wieder, Alter? Oh, Junge. Ah, Digga, muss ich nochmal einen raushauen hier, damit es manche Leute endlich mal lernen. Alle nochmal einen Time-Out halt hier. Hast du vergessen, wer ich bin? Hast du vergessen, wer ich bin? Nein, ich weiß, wer du bist. Du bist wahrscheinlich Dave, oder? Denk ich mal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Junge, Junge. Momentan wollen die Leute aber echt gern gebannt werden, ne? Wie soll ich mich dabei denn ausrunden? Och, Digga, Prinz. Du reißt mir jetzt, Alter. Ist jetzt komplett ein Bann, Alter. Ist mir egal. Wie soll ich mich dabei denn ausrunden? Oh. Warum lassen wir alle diese Laufere kommen, um zu spielen, um zu spielen und 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 zu spielen? Alles, was macht es, ist, dass mehr Leute mehr kommen, um zu den Bar für einen Drink zu kommen. Ich sag euch auch ehrlich, egal wer jetzt hier nachher noch in den Chat reinschreibt, ich werde Prinz auch nicht den Bann. Sag ich euch ehrlich so, wie es ist. Ich werde Prinz nicht den Bann, weil er mir auf den Sack geht. Selber schuld. Ich habe es so oft gesagt, dass man mir nicht auf den Sack gehen soll. Da haben sich manche Leute nicht dran gehalten, selber schuld. Jo, kommen wir gleich auf Discord. Let's go. Ah, du weißt, wenn die Verzweiflung so weitergehen, dann wird bald die Alkoholindustrie von Mondstadt erreichen. Oh, Digga, ich habe vergessen die Zeile zu lesen, Dreck. Mann, oh. Wenn das so weitergeht, wird doch die Getränkewirtschaft in Mondstadt noch erfolgreicher. Ja. Hm. 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 Es sieht aus wie mein erstes Schritt, um die Alkoholindustrie von Mondstadt zu zerstören, sollte die Verbreitung von Genius-Invocation-TCG entfernen. Okay. 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 Ja, das kann man nicht so sagen, wie die kleine Diona vorhin gesagt hat. Muss man zum Siegen immer einen kühlen Kopf behalten, dann kann der Durst nach dem Sieg den Durst nach Wein übertreffen. Prinz spricht die Wahrheit, Diona. Nicht nur ist die Verbreitung von Genius-Invocation-TCG kein Obstakel zu Ihrem Ziel, um die Alkoholindustrie zu zerstören, es könnte sogar in diesem Endeavor unterstützen. Was Prinz damit sagen möchte, Freundin und Johanna, ist, dass die Verbreitung von Genialbeschwörungen keineswegs deinen Traum, die Getränkewirtschaft in Mondstadt zu zerstören, gefährdet, sondern stattdessen dabei hilft. Könnte es wirklich? Ach, aber wirklich? Natürlich, warum nicht? Alles klar, dann. Unsere zwei Kunden warten, um zu lernen. Shuyin, lass uns dich auf Trink-Mixing-Duty für heute. Aber Shuyin ist für eine viel größere Mission. Shuyin, Trink-Mixing, jetzt. Oh, okay. Oh, gut. Wir brauchen ein wenig Raum, um zu lernen. Lass uns an diesem leeren Tisch da drüben gehen. Oh, Jesus. Hoho, okay. Let's go through the rules. First things first. You'll be needing your deck, so place that on the table. Wenn ihr die Regeln lernen wollt, solltet ihr jetzt die von euch gebauten Decks hervorholen. Uh, Deck? Gebaute Decks? Uh, yes. You should have built a deck. You know, a set of cards that meets the bare minimum requirements to play the game. Ein Basis-Deck, das die Grundvoraussetzungen für das Spiel erfüllt. Oh, 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 oh. Was ist mit den Blink-Strains? Komm schon. Don't tell me, du kamst, du kamst, du hast Geist und Vocation-TCG gelernt ohne irgendwelchen Karten zu bringen. So wie es aussieht, seid ihr etwa mit leeren Händen gekommen, um geniale Beschwören zu lernen. Ja, wir brauchen ein Übungs-Deck. Kannst du uns nur einen nutzen? Genau. Ein Übungs-Deck. Schnell hol einen Übungs-Deck. So was haben wir nicht. Okay, lass mich denken. Hm. Hm. Um das Spiel zu lernen, braucht ihr mindestens zwei Figuren-Karten, um zwischen zwischen. Lass mich kurz überlegen, zum Erlernen der Grundregeln brauchen wir mindestens zwei Figuren-Karten zum Auswechseln. Oh, oh, das erinnert mich an. Ein paar Tage vor, als ich für die Nacht geöffnet war, habe ich gemerkt, dass ein Kunden ein paar Charakter-Karten auf dem Bord-Counter verlassen. Hehe. Maybe you could use those for now. Are you sure, that's okay? Ist das wirklich in Ordnung? Eh, es ist schon einige Tage gewesen, und er muss noch nicht zurück, um sie zu klammern. Wer weiß, vielleicht hat er sie hier aufgrund geöffnet. Oh, okay, ja. Ich habe sie hier mit mir bekommen. Hey, you know. Just in case, der Künstler zu schauen, sie zu schauen. Ja, nicht, weil ich das Spiel oder was zu spielen möchte. Hehe. Bitte. So, jetzt haben wir zwei Figuren-Karten. Das ist alles, was wir brauchen, richtig? So, wir haben zwei Figuren-Karten, also lasst uns anfangen, die Regeln zu lernen. Yep. So, are you ready to start? Ja, wollt ihr jetzt anfangen, die Regeln zu lernen? Wow. Alright, then let's beginn. Gut, dann fangen wir mal an. Okay. Welcome, welcome to the world of Genius Invocation, TCG. Magnets. Simply put, this is a game where you control character cards to duke it out with your opponent. Pew, pew, pew. Once you've defeated all of your opponent's character cards, victory shall be yours. Now then, you're gonna need a character on the field to start with. Okay. Let's finish this, swiftly. First, we roll eight elemental dice at the start of every round. Okay. These dice correspond to elemental energy. We'll be spending these dice to perform actions. Once the roll phase is over, you'll enter the action phase, where the real game starts. During the action phase, you can spend elemental dice to perform various actions. Of course, the most common action is to use character skills. Noble. Ular.... Das dachte ich mir. Das hat viel gebracht, Digga. Das sind Omni-Element Dice. Sie können auf jede Bewegung des Elemental-Dice. So, wir nutzen sie für die Pyro Dice. Das war gut. Das ist ein Objekt für den Count. Das sagte ich mir. Jo, er gibt mir direkt eine Breitseite. Du kannst nichts mehr machen. Und wenn alle die Ender wählen können, dann können wir die nächste Runde weitergehen. Let's go. Alright, hier sind wir. Und eine neue Runde bedeutet, dass es wieder die Dice rollen. Das ist so, dass wir die Elemente, die wir brauchen, nach allem. Das ist so, dass ich noch großartig hier den freundlichen abgebe. Oh, das ist ein schreckliches Glück. Es gibt keinen Weg, dass wir die Deluxe-Skille benutzen können. Aber keine Angst, solche Situationen wie diese sind, die mal pro Rund. Du kannst alle Dice, die du nicht magst, und sie wiederholen. Junge Henry, wenn du jetzt hier weiter aufmuckst, ich schwör's dir. Du kriegst direkt auch ein Permaband, mich juckt das nicht. Wie geht's dir sonst so? Ja, viel Stress momentan. Muss ich leider sagen. Hab ich nicht so Bock drauf, aber es ist halt so. Okay, dann lernen wir ein bisschen über Energie und Elemente-Burste. Jedes Mal, wenn du eine Skille benutzt, wird dein Charakter eine Energie. Wenn du eine Energie in der Deluxe-Skille benutzt, kann er eine Powerful-Elemente-Burste benutzen. Aber wir sind noch ein bisschen lang. Nichts, wir beginnen mit der Normale-Skille. Bann, weg. Deluxe-Normale-Attack braucht nur ein Pyro-Die und zwei andere Dice von allen Typen. In any case, dein Normale-Attack braucht weniger Pyro- Junge, ihr legt's auch immer drauf an, dass es aufgemuckt wird hier, ne? Seid ihr auch selber schuld. Hihi, jetzt haben wir drei Energie plus. Wir haben genug Pyro-Elemente-Dice left over. Es ist Zeit, um deine Powerful-Elemente-Burste zu benutzen. Ich mach da gar keine... Ich mach da keine halben Sachen momentan, ich juck das nicht. Ich antworte auf die Frage nicht. Ich mach da nicht. Das hat sie auch nicht. Was willst du, Henry? Was willst du, Henry? D-Luke, in order to use his skills. You can spend one elemental die of any kind to switch a standby character to the active character. Let's go. Switching characters is an action just like using a skill. So once it's done, it's your opponent's turn. Most skills can only target the active character. As you can see, your opponent just attacked D-Luke. All right then, now that D-Luke is our active character, it's time to use his skill. Because the opponent is already affected by Cryo, dealing Pyro damage triggers the Melt Elemental Reaction. When triggered, Melt increases damage dealt by two. This will allow you to deal loads of damage in one go. All right! Next up, let's learn how to use card types other than character cards. These cards are all known as action cards. Each time a match starts, you have to draw five action cards to form your starting hand. Ich habe aktuell fünf Zuschauer, das wird mir hier nicht angezeigt. Was ist das denn? Manche sehen einfach nur noch so zu, weil manche einfach gebannt worden sind. Aber da sind die auch selber schuld dran. Ich habe das so oft jetzt gesagt, dass man mir nicht auf den Nerv fallen soll. Und trotzdem machen es weiter. Meint ihr trotzdem? Ja! Da wolltest du einen Ausdruck schreiben, Henry. Da wolltest du einen Ausdruck schreiben, hä? Schon scheiße, dass ich halt was anhatte, was das Ganze verhindert, ne? Oh, wie schade. Wie er sich noch Mühe gegeben hat, das da reinzuschreiben, nur damit ich Ärger bekomme oder so. Ach komm, Digga, weg mit dir, echt. Kotzt mich ja nicht. Die Leute, die Leute echt, also... Manche Leute haben eine Vorstellung, das gibt's gar nicht. Einfach fünf oder sechs Leute haben jetzt echt einfach einen Bann bekommen. Einfach weil sie... So... So doof kann man da nicht sein, echt. Ich guck... Ich muss mal später gucken, was da los ist. Irgendwie, das zeigt mir meine Zuschauer nicht mehr an. Das ist nicht gut. Na, egal. Mach mal nachher. Mach ich dann später. Mach ich dann später. Vor allem wisst ihr, das Ding ist, die versuchen immer wieder noch zu beleidigen, aber wissen gar nicht, was da los ist. Das ist nicht gut, was da los ist, was da los ist. Ich schau das jetzt ein bisschen. Was? Was ist denn jetzt nicht das? Was? Probleme, Digga? Hä? Vor allem, ich dachte, Dave wollte noch kommen, Digga. Der Typ ist einfach nicht da. Schade. Ah, was gibt's denn für Probleme? Ach, Digga. Wie fragt denn da jetzt noch an? Nein, ich will mit keinem Sinn. Oh oh, sieht aus, dass wir keine Elemente haben, die wir anzupassen können, um einen Atten zu machen. Nein, ich will mit keinem Sinn. Oh oh, sieht aus, dass wir keine Elemente haben, die wir anzupassen können, um einen Atten zu machen. Nein, ich will mit keinem Sinn. Oh oh. Die Elemente weiß, wie es sind. Boah, ich bin einfach doof, Alter. Ich krieg's grad nicht auf die Reihe. Junge, so selber schuld, wenn man da ein Band kassiert und dann rumheult. Ah, wer hat mir jetzt eine Anfrage geschickt, Digga? Dass er ein Band werden will, Digga. Ich schau jetzt einfach mal. Ach, Digga, da gibt's wieder einige Probleme. Ich dreh durch. Gleis-Stream wird die ganze Sache, aber passieren tut nichts. Junge, hier funktioniert aber auch echt gar nichts, Digga. Dreh durch. Ich muss das später mal nochmal umändern. Um... ... Die Karte braucht zwei von diesen. See the symbol? Ja, ein paar andere Karte wird dir diese Karte verwendet. Die Karte wird die Karte verwendet, wenn wir da sind. Für jetzt? So, playing an Action Karte von der Hand ist eine Form von Fast-Action. Fast-Actions können nicht enden Ihre current Turn. Simply put, you can continue to act even after playing an Action Karte. Well then, you have your blade. Time, but wait. Deluxe Elemental Skill costs three Pyro Dice, and right now, we don't need... Well, not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known as Elemental Tuning. By discarding one card from your hand, you can convert one Elemental Die into the element of your current active character. And this card isn't useful right now, so we might as well use it for Elemental Tuning. Sometimes, you won't be able to perform any actions you want to, because you didn't roll the Elemental Dice you wanted. Oh, ingenious Invocation TCG. Keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of cards you have. In this case, well, let's just take all these useless cards and use them for Elemental Tuning. Just like playing cards from your hand, Elemental Tuning is a fast action. Come on, hurry up! Use it! Yeah. Well, 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 would you look at that! Finally, we now have enough Elemental Dice to use Searing Onslaught! Because you have the White Iron Greatsword equipped, Searing Onslaught! Now comes the final part! In a real match, you can make adjustments to your initial hand. At this time, we can select N. Once you have confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting active character at the same time! Oh boy, this one's a real doozy! We gotta take it out pronto! Let's see how you do this time! Remember, start by selecting your initial starting character! Let's finish this, swiftly! Let's finish this, swiftly! Well done, it's slow! Hi, mm. I've had strong switches that are violent, It's a singleELLY C. Tell me, you better be definitely the opposite if through your relationship. IMAIL ONE OTHER How have you left? Did you make a problem jumping? Vielen Dank.